Einen herzlich willkommen zurück zum A-Team. Wir spielen Dead by Daylight und mit dabei habe ich natürlich Florian. Hi. Malte. Macht bereit jetzt. Und Damiano. Hallo. So, jetzt müsst ihr nur noch tauschen. Achso. Die haben doch schon getauscht. Ihr habt schon getauscht? Ja, die haben sie getauscht. Malte hat gesagt, ich kann ruhig eine Runde als Killer machen. Achso, okay. Habe ich gar nicht gesagt, du hast das einfach für dich selber entschieden. Genau. Du hättest dich auch noch einmischen können. Du hättest sagen können, yo, nee, ich habe mehr Bock aufs Killer. Hast du aber nicht. Du hast mir nicht ansatzweise die Chance gelassen. Nicht wundern. Wir haben jetzt ein Bot. Und ich habe mich jetzt... Der carried uns. Genau, also, nee, ich habe... Der carried uns. Ich habe jetzt auf jeden Fall hier... Wenn Blutzon aktiv ist, solltest du davonlaufen und dich verstecken. Der Oli kann schnell stirren und überleben. Ich glaube, Flo will was sagen. Bitte lass ihn aussehen. Nee, 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 nein. Wo Betty das gerade gesagt hat, der Oli ist so kacke. Sorry, ich musste wieder daran denken. Ich bin so... Scheiße, der Oli. Also, Damien... Ich kann den Oli nicht. Das wird lustig. Damien, du weißt, wie ich aussehe. Ja, ich schau dich zu weit damit. Weil ich vergesse immer, dass Betty noch neu ist und danach die ganze Dinger hier da sieht, weißt du. Und dann denke ich mir so, scheiß Oli. Du weißt, wie ich aussehe. Du lässt mich den Generator fertig machen. Nee, du haust dich. Dann fahre ich zu dir und... Okay, jetzt bin ich gespannt, welcher Map das ist. Hä? Das steht in keinerlei Relevanz. Du willst mir hier einen Relaxants Maul hauen. Ich hau dir in die Hälfte aufs Maul. Ich fahre unterwegs. Nein, das sage ich jetzt nicht. Das stimmt nicht gut. Außerdem weißt du nicht mal, wo ich wohne. Das ist echt so. Betty weiß das bestimmt. Nein, weiß ich nicht. Das ist schlecht. Aber trotzdem, wenn du das machst, ne, dann bann ich dich vom Server. Oh. Das ist Rollenmissbrauch, ja. Du kannst deinem Ort des Jahres nicht bannen. Oh. Oh. Jetzt habt Gifte des Jahres, ja, also. Okay. Ja, sorry, dass ich die jetzt opfern wollte, aber die sieht ein bisschen aus wie die Map von Among Us. Das sieht ja nice aus. Oh. Ich mach hier draußen jetzt diesen Generator fertig. Wehe, hier, mich, hier, da einer drin. Dann werde ich, dann werde ich Fuchsteufel, zu wild, werde ich, ja. Oh, mein Spiel laggt. Ihr Diebe schnellstern. Finger weg, der Müll. Oh, zweimal, hinterher, dann bin ich perfekt getroffen. Oh, wow. Komm mit mir, Gumi, leid. Heute wirst du funkel, funkel, kleiner Schatz. Das war ich. Wehe, du kommst zingern. Ach, du Heilige. Das gefällt mir ja gar nicht hier. Also, du bist gerade einfach mal hau. Also, du kommst gerne zu mir kommen, dann weiß ich, wie du ausziehst, aber wehe, du haust mich. Kann jetzt bitte mal der Herzschlag hier verschwinden? Ach, Gott. Mann, über die, die über... Oh, das macht ja den Fortschritt kaputt. Was soll denn hier schalten? Nancy Wheeler liegt, unser Potti. Pass doch den Arm. Das sind doch die Potti. Sondern du kannst doch nicht immer diese benachteiligten Gruppen hier zuerst attackieren. Ja, doch. Ja, die Außenseiter hier. Was sind das eigentlich für unrealistische Generatoren? Ich war selber an der Schulzeiten Außenseiter. Ich habe die Berechtigung dafür. Ich habe gesagt, du sollst mich in Ruhe lassen, Martin. Ich rette dich, Nancy Wheeler. Willst du mich verarschen? Geh weg. Geh weg. Ein wenig. Geh weg. Du legst mich jetzt hier wieder hin. Damien? Auf einmal so der Fett, also was ist das so, 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 so. Das ist das richtige Papi-Ton, Damien. Alter. Das hast du nicht getan, Damien. Das auch habe ich. Das wirst du beräumen. Ich schenke die mir wieder irgendwas. Holt den mal runter. Ich lasse mal die Amp jetzt in Ruhe. Ah ja. Mit Geld wieder bestechlich, oder was? Hey, ich bin korrupt. Was erwartest du? Ich will, dass du mich hier wieder runterholst. Kann ich leider nicht. Ja. Ich hätte es mir vorher überlegen können. Die. Was war das noch für ein Kamstall? Hat mich jetzt jetzt auf der Bot geholt? Was seid ihr für Kameradenschweine? Damien, wenn du mich siehst, bitte catch mich nicht. Mein Dings ist gerade abgeschmiert. Was? Ich muss mein Mikro festmachen. Ohne Witz, ne? Der Bot hat mich geholt. Was seid ihr für Kameradenschweine? Ja, das ist doch gut. Gut, dass wir doch den Bot reingemacht haben. Ich finde das gut. Und Damien, warum, warum... Damien, du kannst wieder zu dem Generator kommen. Hier ist der Bot. Kannst du auch umbringen. Wieso, wieso bist du nicht mehr hinter mir? Ich hab dich verloren. Was? Damien, hol mal den Bot hier. Der macht hier den Generator. Das finde ich nicht. Das fände ich nicht toll. Oh, das sieht aber nice aus. Das sieht aber nice aus. Das ist eine ganz schön große Map, ne? Ja. Ich denke, mein Mikro noch normal. Ist der Ton noch in Ordnung? Ja, alles gut. Ich nehme mich gerade abgeschmiert. Ja, das klingt alles gut. Okay, sehr gut. Das sieht ja nice aus hier. Der, 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 der. Ist hier irgendwo noch ein Generator? Ja, hier bei mir. Hast du mal nach oben geschaut? Soll ich mal kurz klein lassen, dass du mich findest? Ich hab' mal rückwärts weglaufen sollen. Nee. Nee. Nein. Lass mich da drüber. Damien, warte kurz. Achso. Ich glaub, du bist hier irgendwo in mir. Nimm erst mal den Bot. Danach kannst du mich nehmen. Damien muss erst mal mich verfolgen. Ich geh jetzt bett hier hinterher. No, 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 no. Dann geht's hier hinterher. Schmeckt aber ausgezeichnet gut, weißt du das? Oh, freut mich für dich. Ich tschuhe hier einfach. Ach, komm, Damiano. Hey, wie lange brauch ich denn für so'n doofen Kind, dass du gehabt hast, oder? Ja, das dauert halt. Alter, da. Frau Chefin, könnten Sie sich bitte hier hingesetzen? Nee, kann ich nicht. Es ist frech von dir. Warum ist das frech von mir? Ich bin deine Chefin. Was, 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 was behandelst du mich? Ich bin ja nicht an den Haken. Guck mal, wir brauchen nur noch einen. Dann kann mich ja jetzt irgendwer von euch hier runterholen. Ich bin das nur. Dann kann mich ja mal selbst heilen. Da hinten ist übrigens auch ein Generator, den können wir machen. Wo denn? Hier hinten irgendwo war eine. Na? Wie ist das? Komm mal da. Der läuft schon. Ich kann hier holen. War einer, der lief noch nicht. Hey, Damien, du bist ja voll schnell. Das ist voll unfair. Das ist voll unfair. Hallo, hier noch ein Freund. Aber hier war einer, der war nur noch nicht. Hör an. Hey. Ich hab mich so gut versteckt. Hast du gar nicht. Böser Mann. Nein. Freibiggeln. Lässt du mich freibiggeln? Nein. Aber du lässt mich so gut verliegen. Hallo, ich will mich mal erholen. Mal gucken. Schade, ich hab das. Na toll. Na toll, Damien. Hilfe. Mir wird grad ein zweiter Nagel. Okay, nimm den Ding ins Knochen. Nicht Hilfe. Oh mein Gott. Der war lang. Ich geh mal hier lang. Nix da. Heul mich doch auch. Ja, ja, weiß ich doch nicht, wie das geht, Mann. Schrei mich nicht an. Kann ja gar nicht leiden. Florian. Oh, der ist rennen. Wo soll ich denn jetzt hinrennen? Was ist denn das? Wir suchen jetzt die Ausgänger. Guck mal hier. Mach. Die Ausgänger. Achso. Den bloß nicht auf. Warum? Willst du die aufmachen? Wann ich wollte schon sagen. Nancy Wheeler hat schon aufgemacht. Oh, die alte. Ja, aber wir sind einfach also... Wie lange dauert denn das, um ein scheiß Tor zu öffnen? Lange. Sehr lange. Boah. Damien, willst du mich fangen? Ich warte hier. Wir sind entkommen. Ich warte hier, Herr Arsch. Ich bin auch da. Florian, geh schon aus dem anderen Ausgang raus. Ja, ist tut mir leid. Nee, ich chill da nicht. Ich hab mich nur geheilt. Aber wo komm ich jetzt hier raus? Okay. Oh, yo. Was denn? Ich hab gesehen, wo du gechillt hast. Ich hab da... Was hast du? Ich hab die ganzen Blut-Obs gesehen, die du benutzt, die du projiziert hast, als du dich geheilt hast. Nee. Nee. Ja, da war so ein ganzes Abteil einfach mit 80 Millionen Blut-Obs voll. Jawoll. Ey, du kannst gerne weiter Killer sein, wenn du mich weiterhin bevorzugt behandelst. Nee, jetzt wird gewechselt. Am Ende der Woche, Willi. Am Ende der Woche. Das macht dann 200 Euro. Irgendwie muss ich ja auch mein Essen finanzieren. Wir haben nämlich kein Geld mehr. Übertreibt man nicht. Bruder, wir sind arm. Ohne Scheiß. Wir ernähren uns gerade von den letzten Resten aus dem Kühlschrank. Wir haben nichts mehr. Das ist der 17. Ja. Was soll das? Meine Mom kann nicht arbeiten mehr wegen ihren Knien und alles. Ich auch, das Jobcenter ist aber der Meinung, meine Mom könnte ja irgendeinen Job haben. So, und jetzt soll sie irgendwie zum fünften Mal dieselben Kontoauszüge einreichen. Vollidioten. Arschgelgen. Entschuldigung. Und genau während dieser Zeit kriegt meine Mom jetzt kein Geld. Ja, das ist mies. Ich hoffe, das verbessert sich auf jeden Fall für euch. Also ich weiß, ich bin in einer sehr, sehr privilegierten Situation. Aber weißt du, was ich gemacht habe, als ich aus Zypern zurückgekommen bin? Was? Bin zum Arbeitsamt gegangen. Hab gefragt, ey, ne, ich bin hier aus Zypern wiedergekommen. Wie sieht's aus? Krieg ich Geld. Hab mir gesagt, von uns nicht. Aber du musst einen Antrag bei uns stellen. Der wird definitiv abgelehnt. Und mit diesem abgelehnten Antrag kannst du zum Jobcenter gehen. Nämlich am gleichen Tag nochmal fix zum Jobcenter gegangen. Hab gesagt, so, hier, wie sieht's aus? Die waren so, ja, dein Vater ist arbeitslos. Also seid ihr in der Bedarfsgemeinschaft. Also muss er dann noch die letzten drei Monate offenlegen. Und dann dachte ich mir so, fickt euch alle ins Knie. Ich bezahle die scheiß Krankenkasse alleine und suche mir halt einfach den nächsten Job. Und dann scheiß ich auf euch. So. So, wollt ihr jetzt wechseln? Äh, ich kann weitermachen. Was heißt, alle Überlebenden beginnen die Prüfung gemeinsam? Äh, das ist ein Tuch. Ihr spawnt alle beieinander. Genau, und das ist scheiße. Oh, okay. Also, das soll halt auch nicht abgehoben klingen. Ich bin mir meiner Privilegien durchaus bewusst. Und das weiß ich. Und ganz im Ernst. Selbst wenn du abgehoben wärst, du wärst einer der wenigen Menschen, die das dürfen. Weil bei dir weiß man genau, was du machst. Malte kann gar nicht abgehoben sein. Malte hat irgendein offenes Herz. Er könnte das gar nicht. Malte ist viel zu nett und viel zu süß für diese Welt irgendwie. Betty ist befangen. Betty ist befangen. Ich darf das nicht sagen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Aber ich bin halt auch ein bisschen Bias in dem Punkt. Oh, ich habe jetzt gar nicht geschaut, was jetzt geopert worden ist. Wir haben jetzt zwei dieser Holzdings da gehabt. Was machen die? Verringern die Haken auf der Map oder so? Ja. Trickster. Was macht der Trickster? Der Trickster. Was macht der Trickster? Der Trickster wird beim Werfen langsam. Versuch also, nicht beim Ausweichen. Oh mein Gott. Ich habe gerade nichts verstanden. Ich habe gerade nichts verstanden. Ich habe gerade nichts verstanden. Damien, du lässt mich jetzt ein Butterbrot schmieren während der Runde. Ich mache mir noch kurz ein Butterbrot. Das macht man 50 extra. Das übertreibt man nicht. Betty, geht los. Ja, ich mache mir nur Butterbrot. Los. Gott, ey. Nach der Runde gehe ich duschen und danach können wir gerne noch bis 23 Uhr weiterspielen. Aber ich will schon mal geduschen. Wollen wir TTT spielen? TTT spielen. Habt ihr denn alle Gary Smart? Ja, ich habe Gary Smart. Oh, dann muss ich das im Jahr kaufen. Nein, Malte, ich kann doch aussetzen. Nein, dann muss ich ja schon wieder Sugar Daddy spielen. Oh mein Gott. Gary Smart ist doch billig. Das kaufe ich nicht. Hä, warum aussetzen? Nein, Malte, halt, stopp. Junge, wenn das so weitergeht, wenn du diese ganzen Elmo-Memes vor die Nase in dieser Mehl in den Mehlhaufen hast. So, Betty, Betty, für dich ist es jetzt einfach. McMill-Anwesend ist die erste Map, die es jemals gab und das wird für dich einfach sein wahrscheinlich. Oh, cool. Hey, mir, ich stehe hier gerade auf Karum. Ich gucke gerade mal, was das kostet. Malte. Wo ist jetzt meine Katze auf der Schulter? Ja. Oh, ich will auch eine Katze, die sowas macht. Ich nicht. Was? So teuer. Hä? Was? Hä, was hast du denn gemacht? Ich sah es mit der Rache angefangen, hab einen Harschlag gehört, bin da hinter den Spind gegangen. Ja, kein Wunder. Ist bei dir jemand in der Nähe? Ja. Wer denn? Ich wahrscheinlich. Will ich das? Nancy Wheeler oder so. Achso, okay, gut. Hä? Hättet ihr ein Problem damit, wenn ihr so einen weiteren Steam-Account bekommt? Ja. Hä? Ja. Ja. Ja, einfach so einen zweiten Account quasi. Ja. Warum? Weil ich dann das Spiel für 2,93 Euro bekomme. Und nicht für 10 Euro. Oh, du bist dieser K-Pop-Star. Willst du mich verarschen? Ja. Ja. Komm mal her. Willst du dir mal meine Gleitze? Nein, ich möchte nicht diese Messer in mir drin haben. Nein, danke. Die du 14 Mal mich reinstocherst. Hängen immer noch am Haken. Ich bin immer noch am Haken. Ich bin immer noch am Haken. Ey. Hast du? Ich hab noch gesagt, du musst jetzt warten, Mann. Danke. Ja, ich lasse dich jetzt hier. Toll, jetzt lässt du mich hier liegen. Nancy. Ja? Bitte. Stell dich nicht so dumm an. Aber ey, komm mal nochmal zurück, bitte. Nancy. Du kannst doch mitteilen. Die sieht cool aus. Dankeschön. Sie sieht richtig cool aus. Das ist ein Bot. Was erwartest du? Ja, okay. Aber wie sie das auch noch gemacht hat. Meinst du, das geht schneller, oder was? Wo lang bin ich dann weggelaufen? Weiß ich nicht. Schöp. Jetzt bin ich jetzt auch an der Haken. Ich bin 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 auch an der Haken. Ha, ist zu leid ne Sache. Alter, ey. Guck mal, hier ist ein Haken. Hier kannst du mich hinhängen. Nix da, du trickst mich nicht. Du kannst mich nicht treffen. Ich weiß, wie der Killer ist. Ich habe ihn schon fast studiert. Ha, Arsch. Weil er aus wie ein Kpopstar. Ja, weil er ein Kpopstar ist, genau. Wer ist ein Kpopstar? Na, hier. Den... Damiano-Spiel. Ich spiele. Ich finde es schön. Es hat sich einfach eingebürgert. Keiner hat nach meiner Meinung gefragt nach Damiano. Aber egal, es ist jetzt einfach da. Ich werde es nicht mehr los. Das gibt's Namen nicht immer so. Okay, Nancy. Hilf mir. Tut mir leid. Der Engel. Alles gut. Ich bin wie so'n... Ich bin eh wie so'n Lora aus Wagami. Ich habe 80 unterschiedliche Namen. Malte, wieso stehst du einfach da? Mann, weil ich Game Keys kaufen muss. Boah. Du hast mich alleine gesehen. Malte, ich... Ich... Ich möchte da... Ich brauche keinen Carries. Doch, brauchst du. Sonst ist zu dritt langweilig. Wenn du schon mal denn da stehst, kann ich dich mal heilen. Warte kurz. Weil ich Game Keys kaufen muss. Oh, ich dachte schon, das wäre ich. Die alte wird sowas von mir persönlich ins Jenseits geleitet. Oh, ich habe eine Taschenlampe. Oh, sogar eine Lieder, ne? Da werden deine Augen schmelzen. Nancy. Komm mal hier. Lässt dich von einem meiner kleinen bunten... Lässt dich mal von einem meiner kleinen bunten Messerchen treffen. Und sonst so? Und sonst so? Ja. Ja. Kann mich nicht beklagen. K-Pops... K-Pop läuft super aktuell. Ja. Muss ich auch sagen. Machen gute Musik. Wie geht's Frau und den Kindern? Ja. Darf ich nicht haben. Ja. Das ist echt so. Oh mein Gott, ihr seid nie so strong. Das ist aber wahr, leider. Ja, true, ey. Deswegen sag ich es noch. Komm mal mit, komm mal mit. Komm mal mit. Da ist noch eine. Komm mal mit. Guck mal hier oben in der Ecke. Ja. Mit einem Item, was ich nicht mit umgehen kann, ist die Flashlight. Flashlight. Ja. Das ist das einzige, womit ich nicht klarkomme. Und ich hab grad die Taschenlampe. Was macht die Flashlight? Du kannst den, du kannst den Killer blenden, ne? Ja. Oh, wo Malte liegt. Oh, wo Malte liegt. Aber, Malte-Killer haben ja jetzt halt auch schon die einigen Tricks. Und zwar können die nach oben gucken. Was nicht schön ist. Boah, wir rushen gerade so ein bisschen, ne? Ja, ja, das geht grad gut. Wer läuft denn da hinten gerade? Malte ist grad afka. Malte ist grad afka. Lässt der mich einfach liegen? Ist jetzt nicht dein Ernst, Betsy? Naja, er wusste ja eh, dass ich ja dem Spinn bin. Ja, und warum bist du da reingegangen? Weil ich nicht wusste, dass er so nah hinter mir ist. Malte! Ich komm und hol dich. Wir legen da jetzt gleich zusammen. Lassen. Lassen scheiße. Mann, ich fang doch so an, Malte zu heilen. Hä, warum nimmst du mich denn jetzt vor, Malte? Was wird das denn jetzt hier? Ich kling auch schon mal. Ich kling auch schon mal. Nur weil ich ein Mann bin. Echt? Nur weil ich eine Frau bin. Wenn du jetzt so anfängst... Nee, nee. Wenn du jetzt so anfängst... Das hätt' ich aber auch gemacht, ganz ehrlich. Ja, das hätt' ich auch gemacht. Ich hätt' mich weich kochen lassen, dass ich Malte vor dir aufhänge. Aber wenn du so anfängst... Nee. Ich weiß nicht, wie das denn jetzt wird scheiße. Kommt Nancy dich holen? Nee, natürlich nicht. Ich bin gleich tot. Ja, jetzt kommt die. Holen. Ich hole dich. Oh, dann kommt sie jetzt und holt dich jetzt, ne? Ja. Jetzt soll ich hier auch noch meine Identität bestätigen. Ey. Ich glaub's nicht. Da ist es leicht, dass ich irgendwie ins Pentagon zu hacken, sagst du. Ben! Nicht die Palette! Nicht die Palette! Die Palette ist Gold wert. Malte! Malte, bist jetzt wieder da? Ich hab's überlegt. Ich hab's überlegt. Ich hab's überlegt. Hol dich trotzdem. Jo, lass mal, lass mal. Ja, Gott, 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 Gott. Was passiert denn hier nur? Wer ist das? Junge! Junge, die fucking Nancy, Alter! Sie spielt keine Ahnung, als wär sie's. Das ist auch ein What? Ja! Die ist keine Ahnung! Die spielt keine Ahnung! E-Sport! Die hat ihre E-Sport-Sekunden oder so! Ich schwöre es dir sogar! Junge! Die ist besser als alles, was ich in meinem Leben je gesehen hab! Wo kommen wir da hin? Ich wusste jetzt gar nicht, dass sie so gut ist. Nein, ich schwöre es dir! Sie weiß genau, wie sie die Taschenlampe verwenden muss! Naja, Bots! Ja, das Problem daran ist, konntest du die Bots einstellen? Ja, nein, also von der Schwierigkeit her nicht. Ja, das ist, das fühlt sich an wie ein Bot. Hast du jetzt gerade mit mir? Ich bin mal gespielt. Ja. Perfekt! Oh! Ähm! Ja! Warum lachst du so ekelhaft? Ich bin keine Gönner hat Shawn mehr. Aua! 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 immer noch diesen ich hasse ihn meins ist der kpop ja du kriegst mich nicht und wann verschwinden mal diese dinger hier ich muss doch lieber die zwei euro mehr bezahlt das war mir so klar dass du jetzt stattdessen ich wollte nur den bombastik seitei noch mit auf den weg geben ja cool ich bin auch gerade ganz woanders wo ist denn jeder scheiß ausgang ja du kannst mich aufhängen ich habe mitleid mit dir jetzt tötest du mich ich hoffe gerade keine ahnung wie lange am rand ich bin so umhergeirrt an der rand der märz am rand der märz und habe einfach das scheiß ende nicht gefunden ich dachte so wo ist der ausgang und dann hängst du flo direkt vor meiner nase auf ich wollte schon so so ich wollte schon mich frei wiggeln okay der das reicht auf jeden fall kommt in den stream und dann sehen wir uns auch in der nächsten folge form a team tschau tschau